Don Carlo Falcone Du hast dein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet, nimm dir das andere vor, um den Leutnant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen, erobere und zugewiesene Bezirke schalten, lohnende Gefallen und Dienste deiner Unterposse frei. Geil Leute, geil, 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 einfach geil. Jetzt geht's richtig ab, langsam. Das Ganze nimmt Fahrt an hier. So, und da sehe ich Geld gerade, ich bin nicht abgeneugt. Hm 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 von der Versteckung herbeirufen und das Überfallkommando herbeirufen. Oh, cool. Schauen wir mal. Oh, das da. Ja, da brauche ich gefallen, ne? Das ist halt das, ne? Ähm... Gib mal das Geld auch ab. Da liegt übrigens noch was. Das einmal. Und dann schauen wir mal, was wir machen. So. So. Dann schauen wir hier. Äh, so. Das ist das. Mal rein da. Ja, die ganzen Dinger müssen wir noch aufsammeln, Leute. Ich markiere mal den in der Mitte. Sammeln wir mal die paar da, weil sonst brauche ich eh nicht in einen neuen Bezirk gehen, wenn ich das nicht habe, hier. Der Ballert denn hier rum? Ja, die fährt wie eine Sau. Äh, in welche Richtung ist da? Es sind ja drei. Geradeaus ist einer und dann ein bisschen rechts. Ja, der ist da. Ist der oben auf der Brücke oder was? Hier hinter der Brücke. Oh, nicht so gemütlich wie du. Äh, wie du sagst ja Lincoln. Komm. Hier irgendwo. Ja, da. Hab's, Leute. Da kommen wir nicht drauf. Zu hoch. Das hat gesagt, wir könnten ihn jederzeit kaufen lassen, wenn er nicht kommt oder wie gerne kann. Ja, du kannst doch noch beschissene Fahne, Volldottel. Geile Meldungen hier. So, da ist auch einer. Er muss gerade Ost sein. Da ist er. So, und dann hätten wir noch Nummer drei. Da. Ist er da drüben. Lauf, lauf, lauf. Das mit der Kondition ist ein bisschen sehr blöd. Aber wenn ich mich bei denen nicht einschleppt, dann komme ich auch nie nach oben. Wobei das mit dem Überfallkommando schon sehr geil ist. Oh, 200 ist ein bisschen weit. Da fahren wir. Auch wenn es nur ein paar Meter sind, geht ein bisschen zeigiger. Was für eine scheiß Karre haben wir da wieder. Boom geht's, Digga, mit der Karre. Ist er im Wasser oder was? Nee. Auf dem Schiff oben. Auch cool. Da ist. Hab schon, Ludl. Sieht aus wie auf dem Wasser, aber es ist ja ein Kahn, ne? So, der nächste one, Ladies and Gentlemen. Hier haben wir drei. Das ist hinter uns wahrscheinlich. Rechts, rechts, rechts. Da. Ja, die müssen wir, äh, finken, weil ich brauch's für die, für die Kästen, ne? Ach, ne, mal die hinige Karre, da ist ja wurscht. Kann ja nicht schaden. Du weißt, da können wir das nicht umführen. Äh. Bullen, 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 Leute. Okay. So, da muss es irgendwo noch sein. Warum sollte ich denn, Junge? So, hier seins. Jetzt muss ich mal gucken. Gerade aus. Da, oder wo? Ähm. Ja, wirklich. Also oben, oder was? Ja, ist wirklich oben. Keine Sache. Und dann ist noch eins links von uns. Also da. Ja, komm. So, Abkürzung. Ich hoffe, mich hört es nicht auf die Kurschen. Ist ein bisschen höher. Aua. Naja, es geht. Bisschen noch so. Ah, jetzt mal. Da ist. Ich hab's, Leute. So, wir haben's. Supi dupi. Dann können wir weiter. Jetzt haben wir hier alles abkassiert. Hier sind nur drei. Da kommt man hin. Wir haben gleich drei auf einmal. Ne, das kommt jetzt schon rentieren. Wir haben unseren Kassel der Welt. Wir haben ihren. Dabei sollten wir uns belassen. Binnen hat der Busche. Und wie hart. So, links sind die irgendwo zwei. Entschuldigung. So. Kann man da rein? Nö, scheiße. Irgendwie von der anderen Seite rein. Ja, ich sehe dahinter. Ist wahrscheinlich wieder draußen. Da ist. Wir haben's, Ladies and Gentlemen. So, jetzt müssen wir da nur rüber. Es sind auch nur zwei. Lustigerweise sind die nebeneinander. Was natürlich sehr gut ist. Na, komm. Lauf. Dann reißen wir irgendwann's. Ja, Lüfte wird geschmiert. Was da draußen? Ernsthaft? Auf dem Steg. Das war das beste Konzert, das ich je besucht habe. Fast eine spirituelle Erfahrung. Jetzt nimm mir mal einen dieser heutigen sogenannten Sänger. Der ist damit aufwenden. Kann nur einen. Das kannst du nicht. Hey. Dieser Bond. So scheiße, das ist links. Muss ich auf diesen Steg. Ich hoffe, ich kann da dann nach oben schwimmen. Das wäre so ein scheißer Benet. Oh, oh, Alligator. Scheiße. Ich hoffe, der wird jetzt nicht, äh, hungrig oder so. Boah, schweben, schweben, schweben. Da ist ein Alligator. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Nein, du Arsch. Arsch. Alter, der wird hungrig. So ein Arsch. Oh, wir haben Gott sei Dank kein Geld verloren, wenn wir es abgeliefert haben. So ein Arsch, ey. Hoffentlich spechert der die ganzen Dinger jetzt ab. Ja. Ey, so ein Arsch, Alligator. Habt mit dir gefressen, Leute. So eine Scheiße, hä. Oh, ein bisschen hoch. So, wo müssen wir hin? Die Richtung. Das ist ein Arsch. So. Das ist ein bisschen arschig, würde ich von meiner Gart wegfressen. Da ist nämlich auch irgendwo eins, ach das ist da drin, so ne, hoppala, scheiße, jetzt bin ich bei der Maustaste erst für sie nicht angekommen, das wollte ich gar nicht. So, hab was für sie nicht geschossen, das wollte ich gar nicht. Ja, so schießt er automatisch, okay, auch wenn ich es nicht gerade aktiviert habe, die Waffe, das ist gut zu wissen. So, das hätten wir, hauen wir wieder ab. Wir sollen da hin, ja. Oh, scheiße. Da ist ja noch ein bisschen blöde Karre hier. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, links. Scheiße Alligatoren, die haben wir uns gescheit ein paar verpasst. So, was ist da eigentlich? Schauen wir mal rein, das interessiert mich. Es interessiert mich, was hier ist. Gar nichts. Sehr nützlich. Da ist dieser Drecksalligator, seht ihr ihn? Das ist Mistvieh, der hat mich gefuttert vorher. So, schauen wir mal, der Nächste ist hier hinten. Ich habe noch fast eine Zähne. Ich seh noch recht gut. Es ist noch nicht völlig tot, wenn ein Hübscher... Das Mädchen vorbei, Maschinen. Also, wie ist denn das im Tunnel, oder was? Hinter mir, hä? Ah, da! So! Hier noch, und hier sind ein Haufen, die nehmen wir auch noch, und dann machen wir mal wieder einen Auftrag zur Abwechslung. Du musst zur Taupe kommen, und nein, als andere geht nicht. So, hier irgendwo drin muss es sein. Hey, da kann man den Eimer... Hoben? Ja, da. Bisschen hoch, aber es geht schon. Mit Zwischenhüpfen geht es auf jeden Fall. So! Und hier unten, wie gesagt, alles Mögliche hat. Wollen wir, wo ist das hier? Wieso sind da so viele Feinde? Ja, die sind unten. Ist das eine Tiefgarage, oder was? Ja, jetzt haben wir 22, Leute. Es ist mehr zähig. Ich verstehe nicht, wieso die Dauern protestieren müssen. Die es schon mal mit Fehlen versucht haben. Hör mal. Ist das unter mir, oder was? Ich werde jetzt nicht mehr lügen bei meiner Tochter erzählen, dass ich nicht bekifft hätte in ihrem Alter. Wie kommt man da rein? Ah. Ja, wir müssen da rein, Leute. Komm. Komm mal da rein. Das ist ein bisschen der Scherz. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Und ich får Parliament. Ich würde mir Todos Korbens他說d, messenger 곳. Ich hoffe, ich gehe. Aber ich werde mich am Ende proxy beiooth 진지는. Ich hoffe, ich werde dirum� earthquakes. Und ich wahrscheinlich과�ierze. Das war Frage auf wieder zurück. Dann kommen dann rein. ausЫ MR 되장님 und mit mir etwas? headediert mich immer wieder cumplcht. Das war schlimm bene. Und jetzt noch nicht mehr ist ein bisschenkap μ Suffern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020